Achso. Es war Zeit geworden. Äh, hab ich irgendwas verpasst? Nein, ich hab nur jetzt einen neuen Part gestartet. Pluscomperfekt? Ah, okay. Hi. Ich weiß, wie es geht, aber nur auf meiner Mapbing. Was? Cheater. Na gut, okay. Weil ich die Tasten umgelegt habe, aktive Fertigkeit von Stäben nutzen. Ja, das wäre? Ja, auf meiner Ding ist es im Browser vorgehen. Ah, also praktisch die Maustaste nach vorne? Mhm. Ah, das ist praktisch. Hm. Weiß aber schon gut, dass ich es nicht aufnehmen musste selber. Ja. Weil es wäre jetzt dann blöd gewesen, wenn ich jetzt hätte gehen müssen. Was ich ja gerade gemusst hatte. Okay. Jungs. Können wir vielleicht? Ja. Ich weiß nicht, dass ich mich angesprochen fühle. Ja. So. Ganz so rumkruzerei, äh, so ein bisschen so. Anderfett. Ich bin Zuschauer. Nö. Steht den Weg. Ich weiß, wie einfach, ähm, wenn dann die Fähigkeit steht, dass man die anwenden kann, dann einfach Schiff und dann mittlere Maustaste. Also so funktioniert es bei mir anscheinend. Huch, war ich das gerade? Ja, siehst du, das ist ja auch so ein, äh, Stab wie ich. Mit der Maustaste, ja? Stimmt. Oder vielleicht einfach nur mittlere Maustaste, kann auch sein. Ja. Also mir war es gerade noch mit der Maustaste. Ja, okay. Bei mir auch. Ja. Habt ihr es gerade gesehen? Schaut doch mal. Ein Skelett? Ja, der hat ein Skelett, ein Baum, ein Skelett. Ich möchte tosen. Oh mein Gott. Wir lernen das Spiel. Erneut. Ja. Oh mein Gott, mein Gott muss Kevinchen. Okay, Moment. Wieso sind hier so viele Bäume? Oh mein Gott, Chaos. Oh mein Gott, Chaos. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ich... Was? Ich bin ganz doch klar, was hier gerade passiert. Das ist ein Teil des Spiels. Markus soll ich mal wiederbeleben. Ja. Oh, was gesehen? Der hat mich runtergekriegt. Kommt der nächste. Kretz. Also ein Retz wäre nicht schlecht. Nein. Was ist das für ein Ding? Ein Retz. Wiederbelebung. Achso. Oh, ich schalte gerade ganz, ganz gut aus. Ja. Ja. Dann killt ihn mal alle ab, oder? Moment, ich muss erstmal trocken werden, wieder. Hier. F, F, so. Und, äh, ich muss auch etwas nicht verlieren, zu sterben. Er kann mich nicht heilen. Wir müssen diese kleinen Viecher, diese Zauberer ausschalten. Die Neffen haben wir jetzt... Oh mein Gott. Wir machen eigentlich die ganze Zeit weg. Das ist eine von uns. Das wird... ...unfahrbar werden wahrscheinlich, weil ich bin es nicht. Da, genau. Der muss so unangenehm viel Leben. Äh, ich bin schon tot übrigens. Ah, hier wieder. Danke. Endlich. Jetzt kann ich aufheben. Oh. Aber du hast einen Himmelsspeer. Jo. Wann der denn? Nee, das war jetzt der epische Stab. Ich will... ...Aumstab. Aumstab. Aumstab. Wo gibt's denn hier diesen Himmelsstab? The Himmelsspeer? Da Himmelsspeer. Da Himmelsspeer. Da Himmelsspeer. Da, was denn sein Effekt? Körpermittelblitz. Extrafein. Okay. Geht. Geht. Ich war mal in der Keule. Oh, das... Oh, das ist ja unbefektiv gegen die. Was denn wie? Einmal zu Nichtung. Einmal zu Nichtung. Und da, hopp. Einmal zu Nichtung. Und da. Okay. Kann man... Ich würde fragen, mich kann man von denen und es produzieren? Nein, nur zwei gleichzeitig. Ja, aber ich meine, das... Ach, nee, die lösen sich auch. Nee, nee, ich meine, dass die... Wie das aussieht. Ich kann auch grad kein mehr Carsten einschalten. Vielleicht auch nicht. Ja, ja, irgendwie so. Geht's. Stieh. Pompf. Wie so'n Baum halt. Und da hinten sind Pappfiguren mit Schafen. Ja. Genau. Oh mein Gott. Komm und schnapp sie dir. Da, Skelett. Kommt, weiter geht's. Ja. Nein, doch. You shall not pass. Ich halte beim Spür. Okay. Und ich töte mit meinem Schwert. Oh. Die Monos von uns gegangen. Mhm. Sekunde. Das enem Try 케 Kann mal auf den Platz. SMS. Ja. Ah, ey, kompatikorti! Zement. Alle rein in den Schießpulverlagerraum. Sehr schlaue Idee. Ja, wir regeln das schon. Ein Jotun. Okay, dann reifen wir. Ich muss da die schlechtsten Zauber aufladen und dann... Aus dem Weg! Wir sind dran! Wir sind dran! So, dann... Fertig! Das war schon nur der Haltlässe gerade. Nee. Easy. Ja. Gärtlosen Pläne als Zeichen unserer Dankbarkeit, ja? Oha, M60! Habt ihr Spaß? M60. Schieß mal! Oh, der war richtig rein. Hey, du kannst dich aber nicht haben! Jetzt geben wir wieder... Nein, mein Stab! Okay. Tja. Oh, what the fuck? Oh, scheiße. Nein! Fett, wer mir garantiert, wieder irgendeinen Saubervergessen, übrigens. Egal. Nachdem sie das Dorf Weidithorp gerettet und die Schlange Yomungandir getötet hat, langt die Zauberer nicht gleichgesetzt. Der Sprachoutput und der Strafrunden. Blünderpästchen die meisten Sieger verscheucht und sämtliche Kinder nach ihren Mamis rufen. Ach, egal. Das ist die ganze Zeit schon. Aber dann der nahezu vampirischen Kräfteflag. Für sich die Zauberer sicher. Sie verschwendet keinen Gedanken an Scheitern ihrer Mission. Bei mir hat's sie unter diesen gar nicht bewegt. Okay. Ich sehe auch grad Havindir liegt unglaublich nah an Khans Basis. Hochschlare? Moment, war das gern pappiert? Ja, was du alleine wegkriegst? Na gut. Ich bin Rambo 2.0. Nein! Nein, 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 lass es! Oh, Mann! Dann doch nicht Rambo. Aber mein Stab hätte ich gern wieder zurück. Oh, krass. Da ist schon wieder... Was? Was steht da bei denen? Ist nur ein ganz normales Pferd. Ja, natürlich. Ja. Die Animation. Ah, Panader here! Ich bin Poltendere. Ich bin Radner. Ich bin Radner hier. wie ist mit der aufnahmezeit aus drei minuten aber nicht die wache eliminieren ja und nicht mich eliminieren ja genau so ist richtig einmal das gließt danke 61 cool und so stark schnell hast du davon jetzt kommt ja ab alle behauptet und sagen Prüsterinnen und zu die Nähe auf der Luft wir will er so alles klar Ah, da geht's nicht lang. Schade. Hauptmanns Axt. Oh, cool. Was macht die? Nix. Ja gut, dann bleib ich bei einem 60. Ich finde das so witzig, wie es die Wachen davor gar nicht juckt, dass wir einfach ihren Hauptmann und ein paar Kameraden umgebracht haben. Okay, was soll's. Ja, wie wär's, wenn wir mal ein bisschen Auskundschaften. Gibt's eher. Dann geht's hier nicht lang. Na doch. Das ist ein faszinierender Schild. Nein, hier geht nicht lang. Und da so... Gibt's was nicht? Nein, das ist alles noch so. Keiner, aber irgendwie nicht so. Ja, ich... barriere Style. Ha? Schwarz? Wir erholen uns, wirst es nicht erschnarchen. Doch, schon. Ich schlafe mal im Stein, okay. Die Hilfestreue. Wir müssen... ...den unschuldigen Leuten. Wollte mal, man kann mit dem Kleidischen Hintergrund, habe ich mich von der Map gestoßen, einfach so. Es geht. So ein Glück, dass ich einen Schild an hatte. Ja. Ja. Das war alles geplant, du solltest mir zwei HP übernehmen. Jetzt habe ich alles verloren und wir haben jetzt keiner mit sich nicht mehr. Oh, da ist ein Ding drin. Ein Ding? Ein Schildstahl, okay. Außerdem zwei HP sind noch eine ganze Menge in dem Spiel, also... Schild, Schildstahl. Schild, Schildstahl. Oh mein Gott, was macht ihr denn? Feuerholz. Und mich ignorieren. Was, wie? Mich ignorieren, macht ihr? Ich habe es gerade kurz nicht verstanden, was hast du jetzt? Ich hatte gerade eben gesagt, mecker nicht so, zwei HP in dem Spiel sind eh noch sehr viel. Nicht? Ja. Genau. Ja. Statenbräder, Borg, die Ordnung haben. Okay, alle seid da. Nein, das sind Unschuldige. Niemand ist Unschuldig. Oh, ich bin tot. Haben wir noch vom Kamerl. Toll. Du mal wach, Mann. Was schützt sich dafür? Oh, ich habe ein Libra. Ich habe schon schauen, sobald man diese Obersagen hat. Was? Was. Ne, lass mal so, lass mal so. Und hier ein Fett. Kommen die hier nicht durch? Ich will einen anderen Weg nehmen. Und wozu es sich nicht mehr zu kommen? Hey! Ihr braucht doch nur ein Feuer, das ist schlimm. Das kann nicht passieren. Ah ja, stimmt, das geht ja immer offen. Der Fischerblatt! Sie sehen, kein Tata! Sie verfliegt die Fälle. Sie war Trollmann mit dem Reservat bewacht. Jetzt batzen aus der Kut. Der Hemsbrunner war der Tandin. Wo war der Odile? Wortwörtlich. Ja. Wo bin ich jetzt auf dem Reichen? Da. Na wieso? Weil ich nicht. Waschwert ist so geil, ne? Ja. Pow. 66, schade. Ups. Ja. Ups. Tja. Da stand's am Weg, sorry. Warum sind bloß alle jedenfalls fast her? Ja, da kommt's. Ah, okay. Ah, da ist Nama meins. Gwara. Wo ist eigentlich diesen 60chen? Haben wir's schon wieder verloren? Die ist offen. Doch nicht. Oh, das Spiel. Vermächtiger Hammer. Ja, danke. Ja, wohl Leben. Oh mein Gott. Ich kann nie bei der Wacht fallen. Immer geh ich drauf und dann geht der Maus im Gebiet. Ja, danke, Simon. Was soll da miss? Ey, rass, du ihn hinkommst. Ja, lass ihn ihn töten. Da war das natürlich alles in Ordnung, ne? Wenn du ihn töten wolltest. So, Aunt suche den Hammer. Ach ne, geht nicht mehr Ich glaube der ist weg Ne, Moment, Moment Da, hab ich Oh cool, man kann nicht Ich kann jeden Fall im voraus aufladen, das ist wert oder so, und dann Es ist ein Teil Keine Wahl Oh, du bist nicht sicher Mich hat es schwer zerlegt Du magst das, um ein Stück zerrissen zu werden und gebraten und fritiert und zerfroren, oder? Nein Aber du tust das so oft Das ist nur ein Argument Das ist nur ein Argument Keine Mächelbombe Ja, jetzt kann ich das spiel, ich spiel nicht Bei mir steht immer noch manchmal Hammerbeschwören, äh, Hammerbeschwören, Geistbeschwören, wo ich gar kein Start mehr habe hebst Outsch Hins Hins Hä, he, einmal auflösen Oh je, das war Oh, kann jemand jemand ... Oh endlich Das klingt gar nicht ganz krach. Genau. Vielleicht kalt das doch mal wieder. Kann ich das nochmal? Einfach Donderkeil. Einfach. Oh, kann man auch. Ja, ich hab nen Glitzschilder. Simon heilt die Ebene. Okay. Wo ist der andere Typ? Da. Ja. Der hat nen Stab. Meiner. Oh, was ist das? Was ist das für nen Stab? Oh! Oh! Ich kann da keine Blitze machen. Ah, Schildstab war das, okay. Cool. Au. Oh, der ist gut. Was denn? Die Aktiefe von dem Stab hier. Was kannst du damit machen? Wow! Ja. Was ist wow? Irgendwie so'n rotes Bällchen, das rausfliegt und alles zerfetzt. Jo. Ja, Impfentfähigkeit. Das ist cool. Dass ich mir grad so ne Art Flummi vorgestellt hab. Rotes Bällchen. Siehst du ja gleich. Rotes Fleischbällchen des Todes. Was? Ich hab doch für die Teile gepunktet. Nein, wir kommen hier nur jemals durch dieses Feuer durch. Nein. Nein.